meine lieben serienfreunde wir wissen es alle da draußen existieren zig serien hunderte tausende serien serien die wir uns anschauen sollen serien die dafür gemacht sind gefeiert zu werden und ja ein paar dieser serien habe ich mir definitiv auch angeschaut also schon einige serien aber längst nicht alle dafür gibt es einfach zu viele und ja ich muss wirklich sagen unter diesen zigtausenden an serien gibt es wirklich zig hunderte mega mega schlechte serien und auch viele viele mittelmäßige serien aber es gibt auch einige gute serien die ich geschaut habe wo ich wirklich sagen würde ja hier hat jemand etwas wirklich wirklich gutes erschaffen also nicht nur eine person sondern mehrere aber das problem ist oder diesen tausenden serien da draußen gibt es auch jede menge serien die ich völlig überbewertet finde also wo ich wirklich sagen muss leute der hype der dieser hype da draußen zu dieser ein serie der wird der serie nicht wirklich gerecht also weil die serie ist gar nicht verdient hat so gehypt zu werden und ich habe mir mal so ein paar gedanken gemacht und ja es gibt wesentlich mehr überbewertete serien als die die ich euch heute im video nennen werde aber ich habe mir so ein paar gedanken darüber gemacht welche serien ich persönlich denn überbewertet finde und das ist natürlich eine reine meinungssache aber ich muss wirklich sagen da waren schon einige dabei und da ist mir dann aufgefallen es gibt unterschiedliche gründe warum bestimmte serien gehypt werden dann eben teilweise völlig überbewertet werden nehmen wir star wars ja natürlich ich spreche hier von dem mandalorian und es tut mir leid das sagen zu müssen und ich weiß einige werden mich dafür hassen aber die mandalorian ist völlig überbewertet aber ich verstehe auch den grund warum diese serie trotzdem so positiv aufgenommen wurde weil davor eben eine schreckliche trilogie für die meisten erschienen und deshalb sich viele darauf gefreut haben mal wieder was zu sehen was wieder so ein bisschen mehr wilde westen style mäßig daherkommt nur eben in der science fiction story so wie ja im grunde auch die original trilogie einst begann nämlich mitten in der wüste und mit so ein paar leuten die schon ein bisschen auf auf westernheld gemacht haben ja und so war eben auch die mandalorian aber mal ganz ernsthaft das was man uns letztendlich da präsentiert hat war eine gute serie aber hat längst nicht den hype verdient den die serie letztendlich erhalten hat und so geht es mir auch bei einer anderen serie die zuletzt erschienen und zu einem größeren franchise gehört wo noch weitere serien folgen sollen house of the dragon worum ging es da jetzt noch mal war das jetzt eine fantasy serie oder war das eine politisches kammerspiel wo eigentlich die leute nur gequatscht haben und man so gut wie nichts von der welt gesehen hat wo man so guten wie nichts vom echten leid erfahren hat und wo man uns dann auch noch mit zig unnötigen zeitsprüngen belastet hat diese serie soll großartig sein nee ist sie nicht das ist ja eine gute serie mit wirklich guten charakterdarsteller darstellerin aber mal ganz ehrlich alleine der wechsel zwischen jung und alt und wie die hauptdarstellerin dann einfach überhaupt nicht mehr zu der jüngeren versionen zu millie alcox version gepasst hat dass das zeichnet jetzt nicht unbedingt eine großartige serie aus wie ich persönlich finde der hype war natürlich irgendwie dadurch game of thrones und auch da war die schwelle die man erreichen musste auch nicht mehr allzu hoch nachdem das große finale von game of thrones bei den meisten nicht so gut ankam aber sorry house of the dragon ist eine echt langweilige serie und und ist für mich einfach nur ein fantasy abklatsch von der wirklich großartigen drama series succession die aber manchmal auch zu overhyped daherkommt und und vielleicht den einen oder anderen preis zu viel bekommen hat aber eine großartige serie ist sie trotzdem house of the dragon wo wo war das auch gutes cgi ja es gab richtig gute momente aber einige haben da echt übertrieben mit boah das ist das beste was ich gesehen habe die drachen sehen großartig aus naja ich habe auch schon besseres gesehen in serien form aber hey ich kann natürlich trotzdem verstehen dass diese zwei serien gehypt wurden sie stammen eben aus bekannten franchises und da gibt es einfach eine große fangemeinde die bock hat mehr zu sehen und dann wird das eben auch oft im internet besprochen und was oft im internet besprochen wird wird dann auch oft damit verwechselt dass es eben großartig ist man kann es großartig finden dagegen möchte ich gar nichts sagen es gibt aber auch so serien wo ich persönlich sagen muss vielleicht sind sie gut manchmal sind sie aber auch wirklich nicht gut und trotzdem ist der hype nicht gerechtfertigt nehmen wir zum beispiel walking dead die serie basiert auf einer comic-reihe und die serie hat uns zum allerersten mal so richtig eine zombie welt gezeigt wo menschen versuchen zu überleben wo es aber am ende ja eigentlich gar nicht darum geht dass zombie gegen mensch sondern eher mensch gegen mensch also wie die menschen versuchen zu überleben und sich gegenseitig fertig machen ich habe bestimmt zwei zweieinhalb mal versucht walking dead zu schauen ich habe die erste staffel zweimal komplett geschaut und in der zweiten staffel in der ersten hälfte von der zweiten schaffee ausgestiegen ganz ehrlich ich verstehe nicht warum diese serie einst überhaupt so gefeiert wurde ich weiß viele sind mittlerweile auch der meinung er ging viel zu lang aber ich spreche jetzt hier mal vom anfang der anfang ist so der anfang bietet überhaupt nichts wo wo ich sagen würde wow das ist großartige serienkunst also klar die die zombies sagen ganz gut aus aber der rest also wo war der punkt wo ihr leute da draußen gesagt hat das großartig und so ging es mir auch bei periphery the periphery von den macher machen hinter west world ich muss mich wirklich bei periphery fragen habt ihr westworld staffel 1 nicht gesehen westworld staffel 1 war mit das beste was ich in den vergangenen 20 jahren gesehen habe wie man damit zeit gespielt hat mit verschiedenen ebenen und das dann alles aber auch wirklich perfekt zum ende hin zusammen bekommen hat das war großartig periphery ist im grunde ja fast irgendwie einen abklatsch von westworld auch wenn die serien überhaupt nichts miteinander zu tun haben wenn es nicht wisst in periphery geht es darum dass eine frau durch eine technologie in die zukunft in einen nicht echten körper springen kann und ganz ehrlich dieses zusammenspiel und das schlechte worldbuilding die zig logik löcher war was ist an dieser serie gut für mich ist periphery völlig overrated ich meine wie oft ich angeschrieben wurde diese serie ist großartig die musst du dir angucken und ja ich hatte sie bereits da gesehen vorab sorry aber ne ne ich maximal mittelmäßig auch das schauspiel ist maximal mittelmäßig und sehr klischeehaft teils besetzt und manchmal dachte ich mir so habt ihr geld sparen müssen oder warum ist das alles so ausgedünnt was cast angeht und eine serie die ich zwar gut finde aber trotzdem nicht finde dass der hype gerechtfertigt ist stammt von apple ich bin ein großer freund von apple originals ich finde einfach dass sie eine krasse qualität mitbringen und oft sich auch ja einfach mal jenseits des aktuellen mainstreams bewegen aber silo ist eine serie wo ich einfach sagen muss die bietet im grunde überhaupt nichts neues silo bietet den großartigen cast der uns davon eine geschichte erzählt dass ein silo existiert was tausende stockwerke nach unten geht dort verschiedene sagen wir schichten arbeiten und leben und eine frau von ganz unten plötzlich sheriff wird und versucht herauszufinden was da draußen jenseits des silos eigentlich existiert ja und ob da was existiert ob man belogen wurde das ist kein szenario was neues es ist kein szenario was jetzt großartig anders umgesetzt wurde als frühere stoffe nur dass man hier wesentlich mehr geld zur verfügung hatte als bei anderen stoffen ich meine selbst filme haben teilweise nicht das budget was eine serie bei apple hat aber obwohl wirklich der cast spaß macht obwohl man gerne dieser story folgen mag also ich zumindest verstehe ich den hype um diese serie nicht also dann würde ich eher mal hinterfragen warum foundation nicht so gehypt wird wie die serie gehypt werden sollte denn dies nicht nur großartig geschrieben sondern bietet auch mal wieder was neues auch wenn die staffel 1 sehr trocken erzählt wird und 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 es nicht so einfach ist das alles zu begreifen aber das fordert dann mal ein grundsätzlich vielleicht sollten serien uns auch mal wieder als publikum fordern aber sobald das passiert ist eine serie direkt bei den meisten und durch finde ich schade ja ich verstehe ihr wollt abends auf der couch sitzen und einfach nur unterhalten werden das tut silo ist eine wirklich gute serie macht spaß aber sie ist nicht so großartig wie der hype das vielleicht verspricht nach meiner erfahrung bleiben manche geheimnisse lieber ungelöst aber es gibt jetzt nicht nur serien die gehypt werden weil sie aus einem großen franchise stammen oder einfach grundlos gehypt werden weil irgendjemand sagt hey das ist was großartiges das musst du gucken weil es stammt von dem und und wie auch immer es gibt auch serien die eigentlich wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt wirklich nicht gut sind aber der hauptdarsteller oder die hauptdarstellerin wirklich gut sind und man deshalb wahrscheinlich auch dran bleibt und da ist eines der erfolgreichsten netflix originals hier zu nennen nämlich wednesday was hat tim burton hier getrieben also eigentlich hat wednesday im kern weder eine gute handlung noch irgendwas besonderes schönes neues was dann überhaupt auch mit dem charakter wednesday wirklich zu tun hat es gibt tolle aspekte in dieser serie das möchte ich gar nicht sagen dass es nicht so ist aber im kern ist es eine ziemlich oberflächliche teenager dramedy aber durch jenna ortega ist diese serie super unterhaltsam aber nur wegen eines darstellers einer darstellerin eine seine serie zu halten in diesem himmel so über zu bewerten wie es wednesday wurde ja das ist einfach nur grundlos also ganz ehrlich das ist das ergibt einfach keinen sinn eine serie wird nicht großartig nur weil der hauptdarsteller die hauptdarstellerin gut ist also ja dadurch wird eine serie definitiv besser aber das macht trotzdem schlechtes writing oder auch schlechtes setting nicht wieder wett also ganz ehrlich wednesday ist für mich definitiv overhyped aber ich mag sie auch das muss ich hier mal sagen ja ich mag sie aber eben wegen jenna ortega weil sie großartig spielt aber der rest ist ziemlich ziemlicher bullshit also das haben wir in riverdale und co auch alles schon erlebt und auch riverdale auch zu beginn war jetzt nicht unbedingt das beste und bei netflix lief noch eine andere serie jedenfalls zu beginnen oder zum ende es war zum ende jedenfalls in den usa hier deutschland ja nicht noch eine andere serie die nur durch den darsteller eigentlich funktioniert hat lucifer ja die serie ehemalig von fox die dann durch netflix gerettet wurde hier in deutschland aber glaube ich bei prime video lief ich habe sie auch wie alle serien die ich erwähne komplett geschaut deswegen kann ich mir dann urteil darüber bilden diese serie ist zu beginnen einfach nur eine wochenfallserie eine wochenfallserie die zu beginn zumindest auch noch ein paar coole fälle hat eine serie wo es im verlauf dann immer mehr um unsinnige fälle wo die fälle eigentlich nur noch nebenbei waren und es mehr dann um diesen familiären streit geht um die familiären probleme der engel aber diese serie erzählt uns dann nie tiefgründig was nie etwas was so richtig spannung bringt man zeigt uns noch nicht mal richtig den himmel also später und und selbst einer der großen finaleren kämpfe wird letztendlich dann ziemlich ziemlich billig und trotzdem wurde diese serie von staffel zu staffel immer mehr gehypt und ich kann es verstehen wenn es um tom ellis geht der hat hier einfach mit seinem charme den er vorher schon in der serie leider nach einer staffel abgesetzt rush zeigte aber wer konnte die serie nicht ja die serie hatte ein paar tolle charakter momente und auch ein paar tolle charakter verknüpfungen also verbindungen manche synergien haben unglaublich gut funktioniert aber alleine zwischen chloe und und lucifer ich habe dann nie chemie gemerkt nie aber durch tom ellis wollte ich mir das weiter anschauen den würde ich mir auch als reed richards anschauen aber er hat so einen geilen charme hat so eine ganz geile ausstrahlung und er hat lucifer einfach perfekt gespielt aber nur wenn nur weil der darsteller etwas perfekt spielt das ist ja nicht dass die serie gut ist und dass die serie gehypt werden sollte oder ich weiß nicht aber bei lucifer merkt man noch was anderes warum eine serie vielleicht mal gehypt wurde und dann dauerhaft gehypt wurde wegen der ersten oder auch zweiten staffel bei lucifer sieht man ganz gut dass die erste staffel eigentlich wirklich noch gut war die war etwas neues der teufel kommt auf die erde und arbeitet dann mit einer polizistin zusammen und dann eben mit der art und weise von tom ellis das hatte scham da kann ich wirklich sagen okay in dem moment konnte ich den hype verstehen danach aber nicht mehr und damit kommen wir zur letzten unter rubrik von gehypten überbewertet gehypten serien nämlich dem punkt dass serien über jahre hinweg gehypt werden obwohl vielleicht maximal die ersten zwei staffeln gut waren so zum beispiel smallville ich höre immer wieder dass tom welling ein großartiger superman gewesen wäre dass smallville eine großartige serie gewesen wäre ich würde aber hier sagen hier spielt sehr sehr viel nostalgie faktor mit denn wenn ich mich an die smallville zeit zurück erinnere weiß ich noch ganz genau dass ich irgendwann ich glaube nach der dritten oder vierten staffel erstmal ausgestiegen bin und dann erst wieder gegen ende eingestiegen bin weil ich wissen wollte wie es zu ende geht nach den tausenden staffeln und was ist mir dann aufgefallen der typ ist immer noch nicht superman warum weil tom welling von anfang an gesagt hat er möchte nicht in das kostüm steigen ich mein superman der nicht das kostüm tragen möchte was ist das denn das ist doch müll aber ja ich kann verstehen damals war smallville was neues smallville hat ja diese superhelden serien noch mal neu angekurbelt nachdem superman und lois ja damals schon einige jahre her war damals hat man auch wirklich viel gut gemacht vor allem für den kleinen sender wb beziehungsweise w wo ich sagen muss ja als superhelden fan und superman fan war das eine schöne origin story die sich dann aber immer immer wieder gedreht hat und und dieses ganze szenario um lex luther und lana einfach einfach zu tode gespielt wurde wodurch die serie einfach immer schlechter wurde und trotzdem höre ich immer wieder boah diese ganze serie ist großartig nein der anfang war großartig und so geht es mir auch mit money heißt aber ich glaube da ist es bei einigen so das haus des geldes ist eine serie die er bei netflix enorm gehypt wurde netflix hat er dann sogar eine korea edition gemacht das haus des geldes war mit der ersten staffel die wir hier als staffel 1 und staffel 2 oder teil 1 und teil 2 kennen ist wirklich gut das war eine wirklich gute serie klar das war jetzt nicht unglaublich was neues aber es es war einfach eine richtig schöne heißt serie die spaß gemacht hat die mal wieder neuen weib reingebracht hat und zusätzlich dann mal eben nicht aus hollywood kam eine serie die wo ich sagen muss ja der hype ist hier gerechtfertigt gewesen doch kaum hat netflix diese serie verlängert vorher war das nämlich keine netflix produktion die haben das eingekauft als lizenztitel haben gemerkt der halb ist groß und haben dann eine neue staffel bestellt danach war der hype eben nicht mehr gerechtfertigt um die serie und man hat dann auch gesehen dass der hype immer mehr abnahmen und so ähnlich ist es dann auch mit der serie prison break leute ich bin ein vertreter der sagt prison break ist eine großartige serie ganz ehrlich als ich in meinen jungen jahren damals prison break staffel 1 geguckt habe ich gedacht ich glaube ich habe hier eine der besten serie in aller zeiten gerade gesehen aber ganz ehrlich auch diese serie hatte so viele tiefen im verlauf nachdem sie immer wieder verlängert wurde das ist einfach irgendwann keinen spaß mehr gemacht hat und wo ich wirklich sagen muss nee da war der halb nicht mehr gerechtfertigt und hier war der halb vor allem nicht mehr gerechtfertigt als die revivals staffel kam wo man einfach gesagt hat das ende war nicht so als ich habe mir damals schon gedacht dass er überlebt hat aber das ende war nicht so er hat überlebt der anfang dieser neuen staffel war sogar nicht mal schlecht der hat sogar bei mir wieder so ein hype aufkommen lassen aber das ging dann ganz schnell runter weil das drehbuch war so schlecht und die umsetzung war auch wirklich nicht gut also da hat man wirklich sehr sehr viel versaut aber auch schon zuvor gab es immer wieder von den ersten vier staffeln staffeln wo ich gedacht habe nein das ist nicht mehr gut die erste staffel die wird zu gerecht gehypt aber alles was danach kam ist mittelmäßig bis gut aber nicht großartig und so ist es doch auch mit lost lost ist so eine krasse verklärung man hat doch lost am ende nur noch geguckt weil man wissen wollte ob man richtig liegt und und ob man ob ob es das ende hat wo man glaubt dass es ist man wollte das ende wissen aber der weg dahin der war doch nur noch lang gezogen und das ist ja auch bestätigt der sender wollte einfach mehr staffeln weil ja die serie so gedank kam also hat man mehr staffeln produziert und immer mehr unsinnigkeiten reingebaut aber das wurde ja nicht dadurch besser nee das wurde dadurch immer schlechter ein problem was ja ganz ganz viele serien vor allem aus dem fernsehbereich haben also serien die damals von networks bestellt wurden und dann eben woche für woche im linearen fernsehen liefen man wollte die verlängern weil das eben große hype war aber der hype von lost sorry der ist für mich nicht gerechtfertigt zumindest nach den ersten zwei drei staffeln danach war wirklich auch ne leute jetzt jetzt reicht's lasst lasst es sein und trotzdem wurde die serie über jahre gehypt und auch heute höre ich immer wieder lost ist eine großartige serie aber ganz ehrlich da gehe ich nie mit und ihr müsst natürlich auch nicht mit meinen aussagen hier mitgehen ihr könnt euch jetzt gerne eure gedanken unten machen und dann in die kommentare schreiben aber ich bin jetzt durch ich wollte einfach mal ein paar serien nennen wo ich sage ne der hype ne der das ist überbewertet eure gedanken gerne unten rein das war es mit dem etwas anderen video ich wünsche euch einen wunderschönen tag cheerio und dann